ja liebe leute herzlich willkommen zu einem neuen talktime heute geht es darum der sinn des lebens ja geht es euch nicht auch manchmal so und fragt ihr euch was mache ich eigentlich hier ich meine ihr seid geboren lebt in das durch und dann sterbt ihr was mache ich hier was ist wirklich der sinn warum wir alle hier sind meiner meinung nach ist es einfach glücklich zu leben weil man kommt eh nicht lebend raus jeder stirbt jeder ist man eben weg und nur jetzt empfinden wir eben was und nach dem tod dann eben nicht mehr deswegen glaube ich einfach leben zu genießen glücklich zu sein all das machen was mir spaß was einem spaß macht das denke ich wirklich der sinn des lebens was glaubt ihr was ist der sinn des lebens warum seid ihr hier jeder hat ja irgendeine aufgabe zu erledigen auf dieser welt schreibt einfach in die kommentare was denkt ihr was ist der sinn des lebens schwierige frage denkt darüber nach was ist das und bis zum nächsten talktime dankeschön